Oh, hallo! Ich freue mich auf die Trendset und ich packe in unserer Messekiste einen Ofenhandschuh von Alster Wiefers. Hallo, guten Tag! Zum Ofenhandschuh von Alster Wiefers packe ich ein Snipebrett von Silberia House. Wir freuen uns auf Sie. Wir sehen uns auf der Trendset vom 10. bis 12. Juli in München und es wird Zeit, dass wir uns mal wiedersehen. Tschüss, bis dann!